Das war das Internet vor 200 Jahren Ja, die SMS vor 200, ne SMS gibt's ja auch nicht Ja, es geht ja darum, dass Fax das einzige glaube ich Ähm Offizielle Du kannst Dokumente damit schicken und das ist beglaubigt sozusagen Richtig, wo ist Basti? Weiß ich nicht, da jetzt im Spiel Du kannst, du kannst deinen Nazi-Kommandanten jetzt wieder nehmen Den Nazi-Fürsten Ja Du hast jetzt nicht extra nur ausgemacht, weil du nicht dein Nazi-Kommandanten Ja, stimmt fast Mahlzeit, Basti Ich hatte grad übrigens über 11.000 Punkte Hab ich gesehen, ich hab auch Die ganze Zeit gerätselt, während so alles weg war War ich noch im Spiel und dachte, hä, warum hat der 10.000 Punkte? Weil ich ne Kombo hatte Nein, ich hab ne Kombo von 28 oder so gehabt Da wird das, äh, hast ein Multiplikator drin Aber das sagt ja nichts über die eigentliche Leistung Wie hast du denn da durchgehend treff in diesem Spiel So wie die Typen rumwackeln, ne? Was? Die wackeln mir so viel rum, da treff ich voll gar nicht Ja, halt mal Pistole, mal Schrotflinte Und dann immer sichere Headshots hab ich halt gemacht Aber das ist ja kein Muss, daran kann man ja auch nicht messen Ob jetzt jemand gut ist, da ist ja bloß diesen Counter Wird der resettet, wenn du den nicht in den Kopf triffst Sondern nur ins Bein? Ne, nur daneben schießt, wird's resettet Achso, Basti, Bain ist übrigens, ähm, geil Kannst du auch ins Bein ballern und dann liegen die am Boden Schön, jetzt freut sich der Basti Das Bein ist übrigens geil Ein besseres Zielfenster, so, dann liegen die erstmal Ist doch ganz gut Ich hab den Karabiner 98k Ich find die Mosin am besten Mit den drei Waffen, die ich bisher ausprobiert hab So, wir können einfach Spiel starten, seh ich grad Ich hab die M1D Ja, hab ich auch schon gespielt, aber Ja eben, du kannst einfach Spiel starten machen, wenn du ein Set hast So, können wir loslegen Oh, Sackgasse Wir haben Sackgasse Ah, endlich wird ja auch mal Zeit So, dann legen wir mal ein paar Stoffer Minen, erstmal Minen Basti, weißt du's inzwischen, wie's geht? 5, 6, 7 sind's, glaub ich Am besten warten wir damit auf die dicke Runde Ja Find ich Oh, ich hab direkt verzogen Guck mal, jetzt hat hier ein so'n Typ nämlich alles weggeräumt Und die Fetten sind noch gar nicht da Nein Könnt ihr mir mal den Brücken verschießen und sagen, dass sie... Ich seh doch das, ey Was sollen wir sagen? Ja, dass da welche sind Und? Ja, aber man muss ewig lange zielen, bis man mal den Kopf da trifft Ja, dann sag doch was, dass da Gegner sind an mir Haben wir nicht gesehen? Aber ich find man muss sich aber mega konzentrieren Aber die sind genau vor eurer Fresse Ja, ich hab nach hinten gezielt Sorry Alter, ich hab zwei mit einer Kugel wieder gemacht Shit daneben geschossen Kopf und zerstört Ja Weil der Basti rumgeschrien hat Ich verblute, gell? Was hast du? Sag das doch mal Ich verblute Ja, aber wir werden noch nicht zu dir hin, siehst du doch, da sind überall Gegner Weiß ja nicht, ob du dann komplett weg bist, wenn du jetzt verblutest Ja, wohl schon Glaub ich nicht Boah, auch wieder zwei mit einem Kommst du ran? Man kriegt doch schon längst wieder am Start Lass mal mit der Knarre ein bisschen rumwageln Ich geh ganz nach links, wir müssen uns einigen, weil wir können ja nicht durch uns durchschauen Ich kann das War schon wieder zwei Kugeln einzeln nach, du Penner Manchmal sieht man den Kopf gar nicht, LOL Dafür gab's ne Killcam, oder was? Ich bin so schlecht Ich hab wieder die Mauch nicht geschafft einzustellen Ach kacke, Combo abgebrochen Ey, da kommt diese blöde Welle überstatten So Schau, wir unten Vorne links ist Munition, Basti Da ist ne Truhe Und da kannst du auch nochmal dein Gewehr wechseln, wenn's no tut Wenn's no tut? Moment, ich hab was vergessen Lord, da zieht ja mir die Waffe, der spasst Hab ich genau gesehen, das ist meine Flinte Weißt du ganz genau Alter, können die mal stehen bleiben? So Die Preacher, die so overpower ist? Ja Dafür hast du aber nicht so viel Funktion Ey, das ist doch ein Witz! Ich steh genau vor dir mit der Schruttflinte und da trifft man das Die normale Schwuppflinte ist nicht so geil wie die Preacher Weiter Ich will nichts sagen, aber an mir ist einer dran Ich kann ihn dann nicht mal treffen, weil er die ganze Zeit Gib alles, du musst nachladen Gibst du noch? Ja, ich bin aber verblut Ja, du bist direkt bei mir und jetzt rennst du weg Chill mal, du verblutest doch nicht Oh! Doch, ich verblute Oh man, nicht schon wieder süß heute, man Gibst du noch? Alles explodiert die ganze Zeit 15 Okay, mach ne halben Stunde aus Jetzt verblute ich, Basti Hab dich aber gerettet Danke Wer denn ja? Ach Gott Ich glaub ich spiel nur noch Oberschold Dann lach ichs und verkack trotzdem Nein Ups, daneben geschossen Die Preacher hält übrigens diese Ultra-Combo oben Deswegen hast du die Hö! Bauen sie scheiße eingestellt! Ja! Die macht halt alles weg Ich weiß Genau deswegen hatte ich vorhin so viel Punkte Hast du was? Rechen Meiner Hast du keine Munition mehr? Doch Sag kurz so aus Kann ja die Preacher immer ein bisschen durchreichen Ne, sollten wir ein bisschen äh Aber die Preacher hat nur einmal Munition ne? Ja Wir sollten ein bisschen verminen Jo Jo Todesfeed geiler Ja Oh nein Die Bösen kommen Das haben wir nicht verminen Ja Hey Hey Okay Okay, komm wir müssen ein bisschen näher ran Und mit unseren anderen zwei Waffen da Geile Granate Haha Reingesprungen über die Granate Ah Mensch Jo Steal Ey die Verzögerung hier ist so krass Ed lebt da wieder nah Natürlich Achtung Jan Äh Kevin Jo Jo Danke Geht manchmal für so quatsch killcamps ne Auja der zuck halt weg Bist du lolspüler oder was Ich finde man hat viel zu wenig Zeit zwischen den Runden Wie soll man denn mich vorbereiten und sacht planten Wenn man sowieso immer zur Munition hechten muss Kacke Wechsel mal zur Pistole Wechsel mal zur Pistole Bisschen knapp Kirst ne Bisschen knapp Kirst ne Quatsch Geht mal ganz hinter Hup Schlechte Idee Ich hab ne Wiener direkt unter uns gesetzt Kann ich die wieder aufheben? Hups Ups 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 Munition wird knapp. Wat? Der ist genau in die Mine gestoppt. Ja, aber ich dachte, die killen uns nicht, die Mine. Weil er nach vorne sprintet, ohne mich wiederzubeleben. Jo. Lass dir auf dich, kann man sich wenigstens verlassen. Du bist ein guter. Hier ist übrigens noch für die Preacher-Munition gewesen. Ich hab die nicht. Da, vorne. Guten Tag, Leute. Ich muss da mal vorbei. Dankeschön. Was? Hä, wieso haben wir keine Munition mehr für unsere Explosives-Sachen hier so? Ja, weil die Linke gibt. Ah, hinter uns sind Pistolen verschiedene Modelle. Ich hab die beste. Die Webley? Ja. Ja. Was ist dieser rote Punkt da? Der da immer kommt? Wir checken es auch nicht so ganz. Ich weiß nicht, ob du da in Wirklichkeit hinziehst oder so. Habe ich dir vor Marsch gehalten, ne? Ich hab ihn auch getreten, Junge. Ah, da kommt wieder Dingsis. Ich mach die weg. Okay. Wie du möchtest, wenn du dich glücklich macht und du heute Nacht schlafen kannst. Ich kann übrigens auch ins Bein schießen, ne, Basti? Wie mit den Rüstungen. Okay. Bei dem weiß ich allerdings nicht, ob's geht. Oh, Munition ist leer, ihr müsst zu abschießen. Easy. Wer holt sich den Letzten? Sind noch mehrere, da kommen noch ganz viele. Oh, auch nicht der Letzte. Hä? Ach da. Versuchen wir mal ins Bein zu schießen. Pam. Okay, vielleicht auch nicht. Pam. Schon so ein bisschen feige, was wir hier machen, ne? Auf unschuldige Zombies schießen, ne? Ja, exakt. Darauf wollte ich hinaus. Komm, jetzt gib mir noch mal den Killcam. Oh, wie ärgerlich. Wir stehen fünf Kilometer entfernt, ja. Ich füll grad hier vorne ein. Ich treff dem Typen zwischen die Augen dahinter mit seinem Helm und ich krieg dafür keine Killcams. Das ist mir sowieso so ein bisschen suspekt, wann die kommt. Manchmal kommt die, wenn ich ihm den kleinen C abschieße. Ja, ist so. Oh, bitteschön. Bereite dich hier schön vor. Wieder vorbereitet, ja. Kannst aber übrigens die Leichen ausnehmen, was hier, ne? Oh, zu lang. Geht mir viel zu schnell mit dem... Was? Was? Kannst du gar nicht schnell dazu tun? Dass die Runde direkt anfängt. Guck mal, wir kommen ja nicht mal hin und zurück, da spawnen die schon. Scheiße. Warum hab ich jetzt so ne komische Scheiße? Ich bin okay. Nicht alleine hier? Die beschießt keiner. Schrotflinte ist besser für Kombos halt, ne? Ups. Schießt denn die Beine weg. Schießt meinen Pfeil im Knie. Der war auch eins der Abenteurer. Was ist denn, wenn man's genaues Auge erwischt? Müssen die doch umfallen, oder? Ich weiß nicht. Ich hab's bei denen, ehrlich gesagt, glaube ich noch nie geschafft. Was macht der denn hier für Stunz? Lass die doch mal robben, äh. Die robben ja alle. Ja, ist halt nur die Beine weggeschossen, ne? Lol. Oh, der schreckt mich doch nicht so. Jetzt geh doch mal da vorweg, mann. Ah, ist nicht getroffen. Waren's wie? Manchmal guck ich, wie man vorzählen muss. Yo, Splatter. Spiel ist ab. 16, 12. Einfach in den Bauch rein. 12 war kranko. Oh, den Helm weg. 14. Vielleicht versau ich's. 15. Jawoll. Zwei mit einem Schuss. Dafür kriegt man immer ne schöne Klicke. Dass das Spiel das aber auch schon checkt direkt. 17. Wie süß. Recht hier in die Beine. Ich glaub ja, der Banzi wartet immer nur bis ich den Helm wegschlieb und dann kann man snacken. 18. Oh lol, daneben. Kombo abgebrochen, weil irgendwie jemand was zum Explodieren gebracht hat. 18. Före jung war meine Langmine. Schieb doch einfach auf den Körper um die Kombo oben. So, gibts dazu. So, das war's an Granaten erstmal. Da kommt nicht einer zu. Steht einer direkt bei uns. Ja, von hinten! Der kraft schon zahm. Alter, der töte doch nicht. Kevin, du musst uns retten. Immer. Danke. Okay. Save the day. Wo kriegst du denn die ganze Zeit noch Granaten her? Ich? Ist noch nicht verkehrt. Ja, wo du die herkriegst. Hinter uns. Schleiferfalle unten links, glaub ich. Hilfe, Hilfe! Lass dir mal sterben machen. Bin gleich fertig, ne? Was machst du da? Ah, okay. Ja, ich mach nach der Runde aus. Fert, fert. Bitte? Ach, so im... So morgen ungefähr. Oh, oh. Bin einfach mal still. Was? Ne, schon gut. Ich rede mit Basti. Wir hätten gerade ne lustige Konversation. Über was? Über den Klimawandel in Westeuropa. Ach so. Cool. Wusstest gar nicht, dass der Basti sich für sowas interessiert. Äh, äh. Ich retz mal. Ja. Oh! Ich war wieder da. Da verlierst du deinen scheiß Helm. Ach, zwischen die Beine. Schon wieder. Mensch. Das ist mein Typ, der für ein Hobopo, ey. Ich kenne ihn auch wenn, über die Beine zu schießen. Jedes Mal geht der mit dem Kopf weg. Ja, und dann schießt da einer daneben. Ja, ist schon klar. Ja, aber Kopf bringt halt nicht viel, ne? Ja, das stimmt halt. Der mal seinen Helm verliert. Herz, Herz geht genauso. Herz ist ne Trefferzone. Ah, klar. Steht einer ohne Helm und ich muss nachschauen. Den habe ich schon weggehauen. Basis-Zombies hinten. Was? Es regnet Killcamps, wollte ich grad sagen. Was? Lüge ist dieses Spiel. Eine pure Lüge meines Geldes. Was? Was denn los? Ich hab grad nur Killcamps. Vor allem, das ist voll der Verlust ja eigentlich, wenn man Killcamps hat. Weil, einfach mal bei euch nicht die Zeit stoppen. Das stoppt gar keine Zeit, Kevin. Die sind dreimal beschleunigt. Das ist deine Schussgeschwindigkeit. Das beschleunigt mich mal. Klar warst du. Ja. Wenn ich ne Killcam sehe, dauert die 1,5 Sekunden. Und die hab ich, da kann ich nicht mehr schießen in der Zeit. Hätte nicht, ob du schon mal ne Killcam hattest, ne? Doch, aber jetzt noch nicht im Match irgendwie. Ich hatte grad sieben Stück oder so. Ja, war ja auch, ist ja auch naheliegend, wenn die alle schön in einer Reihe liegen, ne? Oh, ich mach mal ein Stolperdraht, ja? Ich geh mal da jetzt durch. Bis hinten durch am besten. Okay. Ey, da wo kriegst du die ganze Zeit nicht mehr? Wartet mal, schießt mal nichts weg. Dass die schön durchlaufen. Oh, kacke. Warte, ich hab noch Dynamit. Töt ihn! Sehr gut. So. Wann geht das Dynamit los? Einfach so oder wenn man draufschießt? Ich muss glaub ich nochmal drücken oder so. Ah, man muss draufschießen. Komm! Zieh! Die ist einfach mit explodiert oder was? Komm, dafür nehme ich die Knarre für die Lappen. Jetzt weiß ich warum der Yad das so hinkriegt. Was? Er rennt einfach als erster wie ein Berserker los. Und zwar, damit er auch erster wieder hinten ist, um direkt die ganzen Granaten wieder aufzusammeln, die er gleich werfen kann. So sieht das nämlich aus. Ja, aber ich mach das ja gut. Aber das sind keine mehr, Kevin, ne? Es kommen keine neuen. Doch, ich hab gerade in der Runde eingesammelt, ein, zwei Stück. Deswegen haben wir ja gewonnen. Geile Granaten geschmissen. Killcam! Geil! Das ist nicht der einzige, der durch Killcams benachteiligt wird. Diese blöden Killcams, ne? Dass ich über Zeit kommt. Daneben. 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 ach der ist schon tot schießt er noch schön drauf nicht schlimm war es keine killcam dafür reichte echten herz treffer bei den ungepanzerten auch kacke ist stil ja klar dafür gibt es keine killcam wenn man 15 leute gilt mit einem schuss gefühlt so jemand sollte man zu den scharfschützen und gibt es da war die kicke sollten uns vielleicht gerade mal absprechen ob einer vorne und einer hinten macht der andere einfach ab snacken ganz schön viel hier vorne war es nicht klar in die schulter ich wechsle mal die waffe was ist da gerade los jetzt hast du weggekickt jetzt meine kombo weg ja nicht du ich habe echt verletzte gerade totes feber ach ich kann gar nicht kicken ich wollte ihn gerade kicken äh wir bräuchten ein bisschen nuklearsprengköpfe am kacke boah jetzt wird es eng ich mache vorne macht nur den dicken weg ok ich habe versagt doch mal deine klare junge kling am boden basti auch noch ne basti ist nur da ne dir steht einer drin ne dir haut immer noch einer schießt du immer weg ich versuch's die ganze zeit ich halte ihn auf basti los ich treffe nur nicht ach so ich hab die schrotflinte jetzt schön schönes ding und wieder nachladen natürlich guck mal da laufen sie schon los ey was ist denn los mit euch ich behinter dich ja das werden wir mal einen stehen lassen und dann lupen gehen und dann können wir in Ruhe uns da hinten hinstellen aber was machst du denn hier für einen stress junge du machst hier den stress ist denn noch irgendwo eine schrotflinte Kevin keine ahnung meine haben saufen Mops sind die jetzt schon tot die da auf den Boden fallen ja so schon eröffnet so schon eröffnet ist meine runde ich lass dir einfach gerade nach hinten schießen da muss ich schon irgendwas treffen aber da kommt wieder explodierende da hat er sich beide geholt da hat er sich beide geholt und zerstört die Kombi und direkt nochmal zerstört Mensch 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 Ops an ihm geschossen schade wie komisch läuft der denn bitte? Zombie mäßig ne voll verrückt wie ein Zombie ja wie ein Zombie ja will ne Killcam ne jetzt wird er gierig Nein daneben da kommt was auf uns zu ein Stress hab ich gemacht Gott jetzt wird es hier so schemenhaft wenn man im zweiten Zoom ist oh noch fünf Sekunden das ist aber cool ist großzügig ja ist großzügig wie er einfach rennt als wäre er aus dem Gist of War Spiel wie heißen die Macher von Gist of War nochmal? Gearbox? Epic Games? G-Box macht natürlich Sinn Ne Epic Games Sicher? nicht Obsidian? Entertainment? Nein Epic Games Ja kein großer Fan von den Gist of War spielen Hat grad ne verbuggte Killcam Nicht schlimm Ich hab eigentlich gar nichts gesehen an der Killcam Du nimmst was du kriegen kannst ne? Hm? Du nimmst was du kriegen kannst Lass das aber nicht mal deine Freundin haben Ich hab eigentlich euren Herzschlag auch Wenn ihr Fokus anmacht Fokus anmacht Ja Keiner Ich bin schon normal Was? Was war mit ihm los? Killcam D2 Du bist bei ihm Ja manchmal kommt die auch weird Ach Sag ja mal Ich hab die ganze Zeit keine gehabt War ihm so n Piss Ah schade Ich hab grad voll getroffen Dann kam Dann kam Dings abgebrochen Ne? Jetzt kommt da schon wieder so einer Ja Also viele verschiedene Zombie Typen gibt's jetzt nicht ne? Ja Hat doch irgendwer Granaten oder so? Jaa Dann halt die mal bereit Er läuft einfach weiter ohne Kopf Als würde er ihn nicht brauchen Ne 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 Eine Mine hab ich noch Ja dann leg ihn mal trotzdem da vorne Aber warte bis wir die hier weg gemacht haben Warte ich dem Schrotflinte Achtung Ja mach den mal weg Achtung Achtung Sag mal Du bist ja mit der Schrotflinte Ja aber ihr könnt doch irgendwie treffen Machst du Overshoulder oder so Ich bin die ganze Zeit fast mit Overshoulder Ich bin die ganze Zeit Oh und nicht explodieren Machst du auch mal Oh Leute Sieht schlecht aus Ja Eih die haben mich voll eingekesseln Ich weiß denn Man Overshoulder Meinst du wir kommen bei uns zweitens durch? Näh Wir müssen erstmal die kleineren rennen weg machen Ok, die sind weg, glaube ich zumindest Ja Kopf oder rüber? Kopf oder rüber? Guck mal, Basti noch mal Basti hat doch nur lockere 30 Sekunden, dann können wir ja noch eine kleine Runde machen Ne, hab ich nicht. Ich hab nur noch 20 Sekunden Ne, ich kann nicht mehr Ich hab grad mal ne schöne Combo verloren, ey Bin ich wenigstens schuld? 10 Ist ja gut, ich renn ja Renn mal hin 2 1 Tschüss Na, wo ist denn Probleme? Machst voll den Stress Irgendwo nen Erfolg gehabt Ich nehm mal Munition Ich hab ein gutes Gefühl für die Runde Viele schaffen wir nicht mehr Wie? Er hat einfach keinen Kopf und schlägt mich Er kann mich gar nicht sehen Noch ein Erfolg Noch ein Erfolg Noch ein Erfolg Kann mich mal jemand aufheben? Basti, ich versuch sie aufzuhalten Ach, schlecht Er wird einfach wiederbelebt Er wird einfach wiederbelebt Ich hab jemanden durch den Arm geschossen und in den Kopf rein Den anderen dahinter Den anderen dahinter? Ja Okay, that's cool Elfte Munition nicht weg Elfte Munition nicht weg Elfte Munition nicht weg Oh 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 Splatter Splatter Haben wir noch wo irgendwas Explosives? Ne ne? Ich nicht Steilbar Das ist mal gerade gestellt ach gott schon natürlich ich meine irgendwie krassen damage boost muss man mal zum basti durchdrehen weiß nicht ob sie jetzt schon mal einer gesagt hat kacke probier es mal evasio move ich log sie weg easy oh jetzt verblute ich könnte jetzt von hinten kannst du von hinten auf die jetzt schießen einfach ja du kannst doch immer noch schießen ich bin tot ganz tot oder ja können wir kurz warten bis die noch ein paar meter in die richtung sind so dass wir das auch überleben können ja Oh, laufend langsamer Es gibt übrigens keine Punkte fürs blöde Wiederbeleben Aber das steht am Ende da, wie oft du Leute wiederbelebt hast Ja klar, das macht er denn da Lass ihn doch mal leben, dann kann man wenigstens im Ordentlichen Munition holen Okay Ja, irgendwann muss das ja auch mal enden Ich würde schon gerne ausmachen jetzt, oder? Es ist ein Horde-Modus, außerdem nicht du, sondern deine Freundin möchte dafür ausmachen Nein, das möchte ich Ist mir zu anstrengend, aber Ja, das ist echt nervig Kann man das nicht irgendwie umstellen, dass die schneller spawnen? Äh, langsamer spawnen Das ist so schneller Einfach ins und weiter Ja, ist schon blöd, dass sie nicht durchgehend kommen, ne? Ja, der Spiel will ist nach zwei Runden immer vorbei Ja, okay Hey, man hat sich irgendwie mit diesem Crap hier zu kämpfen, mit dem Trash-Mod Am Anfang, ja Mach du doch mal weg! Geht doch Oh, zu bad Oh Gott Let's open Fuck Komm, Killcam durch die Schulter, da hinten einen killen Schade Ja, voll Ja, voll Oh, schade Passt, es ging auf jeden Fall durch seine Schulter durch Aber es hat ihn gekillt Ich krieg's nicht hin Nichts Oh, 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 Oh! Oh, Oh. Oh, Oh, Oh Berserkers Berserks Berserks Also kann es sein, dass das gar nicht schwerer wird? Weiß ich nicht Jetzt noch eine Granate? Jemand? So einen kleinen Eisbrecher? Nein Pfff Ich höre, ich trete die Eimer und volle Instant um oder was? Ich komme da nicht mehr raus Ich auch nicht Ich glaube das wars Das wars Tja, Kevin habe ich dich gebeatet Ja Zwischenzeitlich war ich aber immer erster glaube ich Ja Aber ich habe einen Kill Mhm Bester Schuss ey, du musst doch irgendwie hinten ins Leere geballert haben da In den Rauch oder so und da war irgendwo einer Der irgendwie erst in 10 Minuten angekommen wäre Ich habe keine Ahnung Warte ich Ja, aber 91% Treffergenauigkeit ist doch okay Was? Wo sieht man das denn? Das steht da unten Jetzt hier 94% Jetzt hier 94% Wie viel hast du du, Kevin? 87% Ja Okay, ne das macht doch nichts Huhrs Unerheblich Wenn 50% wäre scheiße ja Achso, oder 83% ne Statt 84% Ne 50% wäre echt scheiße Okay, ich mache jetzt aus Alles klar Wiedersehen ne Alles klar Ja 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 Ja